Die BBE Hall of Fame oder wie du sie nennen würdest die WWE Ruhmeshalle Jaja der Carsten mit seinen Eindeutungen Entschuldigungen, das heißt halt eben so aber ist doch egal wie man es nennt steht nicht selten in der Kritik der Fans, da man sich nicht selten darum gestritten hat wie viel ist die Hall of Fame bei WWE denn wirklich wert und müssen denn die Personen, auch die Prominenten in Anführungsstrichen wirklich Teil der WWE Hall of Fame sein und nachdem du jetzt endlich mal offen reden kannst wie empfindest du für dich die WWE Ruhmeshalle Da möchte ich mit der Rock and Roll Hall of Fame anfangen Die Purple sind vor, ich glaube zwei Jahren aufgenommen worden Chicago glaube ich letztes Jahr oder noch ein Jahr zurück und in diesem Jahr soll einer meiner Lieblinge aufgenommen werden Todd Rundgren, den viele nicht kennen einer der wegweisendsten Musiker und Produzenten Warum sag ich das? Weil so viel mistige Leute in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden die teilweise überhaupt nichts mit Rockmusik zu tun haben Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Businessveranstaltung um gewisse Leute Dinge Ideen zu promoten Bei WWE glaube ich einfach müsste man man nimmt ja doch durchaus gute Leute in die Hall of Fame auf aber meiner Meinung nach müssten auch mehr Leute die hinter den Kulissen aktiv waren aufgenommen werden die sich den Hintern aufgerissen haben für WWE aber es ist halt eben auch ein soll ich sagen ein Spielchen eine 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 Show ja Show schon aber es ist halt eben auch so eine Art ähm tust du mir nix tue ich dir nix komm ich tu den Gefallen tust du mir den Gefallen also das ist immer so ein bisschen zwiespältig zu sehen ähm man könnte andere Leute aufnehmen oder was auch immer aber ähm es ist halt so wie es ist manche Leute finde ich gut die Reden heutzutage sind mir zu kurz da geht es mir mehr drum was erzählt man ähm äh ja Gott äh hat irgendwie seinen Reiz verloren ich glaube man möchte sich da auch ein Stück weit reinwaschen mit manchen Personen und Geschichten die im Laufe der Jahre passiert sind ja das mag sein also zum Beispiel mit Landro Blaze ja dass man sie aufgenommen hat und einige andere mehr das mag durchaus sein ähm ich bin aber generell kein Fan von solchen Glitzer Glimmersachen also war ich noch nie und werde ich auch nie sein deswegen sollen sie die Leute aufnehmen und dann ist gut dann habe ich noch eine indeskete Frage die kommt direkt tatsächlich von mir ähm dein WWE Abschied ist der der mit einer Abfindung versüßt worden nein äh nein weil ich äh nicht einen Vertrag habe wie ihn jetzt amerikanische Mitarbeiter hätten ähm also das ist ja hier in Deutschland genauso wenn du einen sagen wir mal unbefristeten oder auch befristeten Vertrag hast und der wird vorher gekündigt dann ist es halt eben vorbei mein Vertrag war ja ausgelaufen also egal wie hätte ich auch keine Abfindung bekommen habe ich auch nicht ich habe halt eben einen Vertrag bekommen da wurde festgehalten was ich mache dafür bekam ich dieses und jenes Geld und das war's ähm ist der jedes Mal befristet worden weil in Deutschland ist es ja geltendes Recht dass man nur dreimal befristen darf da wäre dann äh warte mal ich habe den ersten Vertrag mit WWE vorher bin ich ja von den Senden bezahlt worden 93 glaube ich war es unterschrieben und seitdem immer zwei Jahre manchmal einmal einmal ein Jahr ähm und einmal drei Jahre glaube ich aber nagel mich nicht drauf fest also kannst du dir ausrechnen bis 2021 wie viele Verträge ich da hatte irgendwo in meinen Unterlagen sind die noch aber die müssen auch mal der Datenvernichtung übergeben werden haben sich die wenigstens auch mal verbessert die Verträge für dich ja die haben sich eigentlich jedes Jahr verbessert ähm äh es gab dann immer so eine bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine automatische Gehaltserhöhung um einen relativ geringen Betrag aber das war auch okay WWE hat sicher nicht schlecht bezahlt Millionär wäre ich dadurch nie geworden aber ich konnte dadurch gut leben ähm und äh von daher war ich immer zufrieden ja aber ich bin kein Mensch der auf großem Fuß lebt von daher ähm war das ich hatte ja gesagt dass ich damals nach Wollensdorf gezogen bin habe ich mir ein Haus gemietet weil meine damalige Freundin halt eben immer höher hinaus wollte ich hätte es nicht gemacht aber ich lebe halt nicht auf großem Fuß und von daher ist das alles schon okay da danke ich dir auf jeden Fall dass du das mal so offen und ehrlich beantwortet hast also im Endeffekt bist du am Anfang durch die deutschen TV-Sender äh finanziert worden und WWE hat dann ähm Mitte der 90er den Vertrag mehr oder weniger übernommen und du bist dann auch wirklich direkt bei WWE angestellt gewesen und von WWE bezahlt worden richtig ich bin äh zuerst von Tele 5 bezahlt worden dann ging es ja 93 mit RTL 2 weiter dann haben die mich bezahlt und dann irgendwann kam halt eben der Vermarkter von WWE hier in Deutschland der saß in München und hat gesagt ja WWE würde gerne auch zwei Kommentatoren ähm aus allen Sprachen direkt unter Vertrag haben weißt du weil ich konnte das auch sehr gut verstehen wenn WWE zum Beispiel sagt wir wollen jetzt was auf Deutsch oder auf Chinesisch oder auf Japanisch oder auf Portugiesisch oder Spanisch was auch immer machen ist es gut wenn du Leute hast die bei dir unter Vertrag stehen denen du sagst hier verton das und nicht sagen musst ja mal gucken finden wir jemanden ach vielleicht auch nicht ach Mist ja also von daher konnte ich das durchaus verstehen und damals sind dann Günther und ich von WWE unter Vertrag genommen worden dann habe ich hier auch noch eine Frage weil du auch Günther erwähnt hast ähm wie schwer trifft dich die Kritik der Kollegen wenn du die in den Medien dann entnehmen musst irgendwo hören oder lesen darfst und würdest du mit deinen ehemaligen Kollegen eventuell nochmals zusammenarbeiten ähm früher hat mich das hat mich das früher getroffen früher gab es ja nicht so viel ähm also es trifft mich wenn es nicht stimmt und da war eine ganze Menge Dinge dabei die nicht gestimmt haben ähm nur was hat es denn für einen Sinn darüber zu diskutieren ähm die sagen was sie sagen ich sag was ich sag und letztlich steht da Wort gegen Wort und Aussage gegen Aussage und da müsste jeder ähm dann sich sein eigenes Bild machen ich hab auf meiner Facebook-Seite so zwei, drei Leute die da könnte ich über das Wetter sprechen über Pflanzen über ich weiß nicht was über Formel 1 und die kommen immer wieder mit dem Wrestling und wie schlimm ich doch war und so äh das Einzige was mich ähm ärgert ist wenn äh Leute sagen und teilweise auch Leute mit denen ich nie zusammengearbeitet habe du weißt ich nenne keine Namen ich lasse es auch knallhart bleiben sagen ich hätte jemanden gemobbt ich hab nie jemanden gemobbt ich hab nur und das sage ich an der Stelle nochmal ähm das ist der Punkt dem auch eigentlich als einziger wichtig ist ähm die Verantwortung tragen müssen ähm alle ähm äh sagen wir mal anständig kommentieren und es nicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt wir haben ja das letzte Mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen ähm und da war dann halt eben ähm ähm ja hing mein mein Arsch davon ab ja und es gab zwei, drei Situationen in denen war es dann eng und äh deswegen wenn es heißt okay ähm äh ihr müsst so und so kommentieren oder dieses und jenes wollen wir nicht und du Carsten bist dafür verantwortlich also Freude gemacht hat es mir nicht dass ich dafür verantwortlich war aber ich musste halt ähm ähm das Ganze machen und ähm das gehörte zu meinem Job dazu und dann musst du natürlich auch manchmal sagen auftreten und sagen so und jetzt muss es so gemacht werden und wenn es dann nicht geht muss man auch mal irgendwann vielleicht ein bisschen ein bisschen sauerer werden äh das ist durchaus möglich ähm aber äh also mobben ich hab niemanden gemobbt wirklich nicht ähm ähm und äh auch wenn das gerne mal erzählt oder interpretiert wird weil ich hasse das ich hasse Mobben wie die Pest und deswegen äh würde ich so etwas nie tun aber sicher äh Auseinandersetzungen gab's ich musste halt eben auch Rede und Antwort stehen und wenn die anderen Fehler gemacht haben dann haben dann war ich derjenige der dafür gerade stehen musste und ich ähm stehe wie gesagt gern für meine Fehler gerade aber nicht für die anderer sprich du warst nicht nur Kollege sondern auch Vorgesetzter nein war ich nicht ähm ich war nur verantwortlich der darauf verantwortlich ja ich war nie Vorgesetzter ich war nie Chef ich war nie irgendwas ich war nie übergeordnet ich äh glaub auch nicht da dran und das sehe ich halt eben heute heute ziehen viele Kommentatoren so ihre Personality Show ab anstatt ähm die Aufgabe zu machen die sie eigentlich machen sollten nämlich ähm ihre Rolle zu spielen und ähm das war früher sicher nicht der Fall aber komm äh es ist wie es ist ich weiß aber ich wollte noch irgendetwas sagen aber ich hab vergessen was es war mir wär's wichtig gewesen vielleicht fällt's mir noch ein dann bring ich's nochmal mit rein gerne würdest du denn mit dem einen oder anderen ehemaligen Kollegen nochmal zusammenarbeiten ja mit Bernhard mit Bernhard mit Abbas wir haben uns auch mal inzwischen ausgesprochen aber ansonsten nee sicher nicht wie möchtest du denn von den Fans am besten in Erinnerung behalten werden ähm einfach als äh der WWE-Kommentator der am Anfang dabei war der sie durch ihre Kindheit und Jugend vielleicht bis ins Erwachsenenleben begleitet hat also quasi äh dass wir zusammen ähm den Aufstieg von WWE in den ersten sagen wir mal 25 Jahren äh gemeinsam miterlebt haben das heißt auf gut Deutsch ähm es gibt ja durchaus Fans die sagen Mensch äh du bist die Stimme meiner Kindheit meiner Jugend natürlich freut mich das du warst dabei manche haben mal geschrieben ähm äh du warst immer im in unserem Wohnzimmer mit dabei das sind echt schöne Sachen genauso kann ich das aber auch zurückgeben dass Fans mir sowas schreiben dass Fans mir Fotos schickten und immer noch schicken ähm und dass da so eine so ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist das ist das was mir gefällt ähm ich weiß das hört sich jetzt furchtbar kitschig an und der ein oder andere wird höchstwahrscheinlich jetzt sagen oh jetzt tut der Schäfer aber auf die Tränen aber es ist halt nur mal meine Meinung verstehst du es wenn sich dann die Fans die dann natürlich mit dir äh größer werden und erwachsen werden dass die sich dann vielleicht irgendwann den deutschen Kommentar nicht mehr in Anführungsstrichen antun möchten äh warum dass eventuell der Kommentar etwas zu sehr eingedeutscht wurde zum Beispiel ach so oder du ich hab das das letzte Mal erklärt ähm warum ich den den Kommentar eingedeutscht habe das war alles damals auch in Absprache mit allen und auch einige die heutzutage sagen na das war ja blöd und so die waren damals alle dafür ähm dass wir das machen ich hab das nicht einfach nur gemacht sondern ich hab das ähm wir haben uns da abgesprochen ähm und haben gesagt okay wir machen das so damit das Ganze vielleicht für die Fans die dem Ganzen skeptisch oder verständnislos gegenüberstehen vielleicht ein bisschen begreiflicher wird wenn ich von einem World Heavyweight Champion spreche in Deutschland oder früher war das so heute hat sich das sicher geändert ja heute kann man das durchaus sagen früher war es so sicher besser ähm dann sagt man dann und man hat gesagt das ist der Weltschwergewichtschampion oder der Schwergewichtschampion oder der Cruiserweight Champion oder was auch immer dann ähm konnten das Leute besser nachvollziehen weil sie es aus anderen Sportarten kannten zum Beispiel aus dem Boxen oder was auch immer ja ich bin nicht so weit gegangen zu sagen der Intercontinental Champion das ist zum Beispiel für mich ein ganz typischer Boxbegriff und deswegen bin ich dabei geblieben bei Intercontinental Champion ähm ja äh warum nicht und wenn Aktionen ähm für einen Wrestler Sinn machten dann habe ich sie also durchaus auch mal deutsch genannt weil du weißt selber es gibt genügend Aktionen die halt eben auf den jeweiligen Wrestler oder die Wrestlerin zugeschnitten sind und auch eine Bedeutung haben und wenn man das dann mal übersetzt dann macht es halt eben auch Sinn der WWF Fanklub damals ähm war ja auch äh ich glaube Anfang der 90er ähm wichtig für den deutschsprachigen Raum ähm welche Rolle hast du da gespielt warst du da zentral irgendwie auch tätig ähm die waren ja in in Hamburg glaube ich ähm also der der Fanclub war klasse ich hatte viel Kontakt mit denen hab immer gerne mal was für sie gemacht aber sie haben ihre Aktionen selber gemacht also äh seien das Veranstaltungen gewesen seien das T-Shirts äh oder andere Dinge die sie hergestellt haben Tassen und so weiter und so fort ähm also die haben äh selber gearbeitet mit den jeweiligen ähm äh Vertretern von WWE hier in Deutschland das war ja anfangs war das ja EM-TV die es nicht mehr gibt die haben das lange gemacht und ähm äh ich hab immer gerne mitgeholfen und wenn man gesagt hat Carsten kannst uns da und da helfen ja gerne und so war das aber wir haben uns immer gut verstanden ja wurde das Ding eingestellt äh aufgrund fehlender Mitglieder oder keine Ahnung kann ich dir überhaupt nicht sagen weil ich mit der äh Organisation beziehungsweise Durchführung des Fanclubs gar nichts zu tun hatte mhm dann hab ich hier noch auf dem Zettel das WWF WWE Fanmagazin was meiner Meinung nach etwas sehr Comic-lastig wirkte also sehr charakterbezogen und sehr gimmickbezogen im Vergleich zur Power Wrestling ähm wie siehst du denn da den Unterschied und äh wie findest du die Power Wrestling achso du meinst äh das offizielle WWE Magazin natürlich ja klar das war natürlich hat natürlich genau dieselbe Rolle gespielt wie ähm äh unser Kommentar ich weiß noch wenn da als ich das übersetzt habe wenn dann da zum Beispiel stand Quellen berichteten also anfangs hab ich noch geglaubt oh ja das ist richtig das sind das sind äh offizielle Quellen bis ich dann gemerkt hab nein nein das ist ja nur das ähm Power Wrestling hat natürlich äh keine Frage ähm äh immer alle Freiheiten gehabt die Freiheiten die ich jetzt zum Beispiel auch habe über Dinge zu sprechen und so weiter und so fort mit Wolfgang Stach haben wir wir haben uns anfangs immer sehr gut verstanden später gab es über Jahre hinweg so einige Spannungen wir haben aber darüber gesprochen haben die beigelegt und ähm äh die Power Wrestling hat halt eben die Menschen über äh das Wrestling Geschehen informiert ich hab ja damals auch die amerikanischen Wrestling Zeitschriften gelesen äh Pro Wrestling Illustrated und was es so am Bahnhof alles gab ja hab ich also jeden Monat drei vier fünf Hefte mitgenommen äh hast du die auch vorbestellen müssen so wie ich damals ne ähm weil ich hab die nicht so ähm äh regelmäßig gekauft wenn ich sie gesehen habe hab ich sie mitgenommen und hab geguckt aber natürlich war schon klar dass wir bei WWE anders arbeiteten äh das war allerdings noch bevor dann WWE ähm also als wir noch im Grunde genommen kommentieren und sagen konnten was wir wollten also mehr so zu Telefünfzeiten anfangs RTL 2 vielleicht ähm was ich halt eben äh mir bestellt hab ich glaub ich hab's das letzte Mal gesagt abonniert hatte das war der Wrestling Observer Newsletter damals halt eben äh 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 als DIN A4 Blätter äh äh bekamst du dann ich glaub einmal im Monat oder so hab ich verschlungen um zu sehen was da so alles war hab mir dann noch die Videos angesehen die ich von dem äh äh einen bekommen habe äh ich nenne jetzt seinen Namen nicht weil ich nicht weiß ob er es will ähm und zwar die ECW Sachen und dann die All Japan und New Japan Sachen und so weiter und so fort also wir reden jetzt von so 91 92 wo ich dann angefangen hab mir diese ganzen Sachen anzuschauen weil ich halt eben jetzt die Möglichkeit hatte das zu tun und auch darüber zu lesen war super interessant die anderen Dinge und andere Meinungen zu lesen ähm ja und und Power Wrestling ist halt eben das was die für Amerika und auch andere Teile der Welt sind ist halt eben Power Wrestling für Deutschland für den deutschsprachigen Raum oder für genau ja du hast recht für den deutschsprachigen Raum ich will es nicht ich will die die Bedeutung von Power Wrestling dich ja nicht unter den Scheffel stellen das ist richtig nein du lachst aber das ist so ja äh letzte Frage für heute ähm vielleicht gibt es ja auch eine Kooperation mit Power Wrestling mit Wolfgang Stach ihr habt euch ausgesprochen du hast ähm sicherlich einiges noch im Nähkästchen worüber du noch nicht gesprochen hast also Geschichten und Erinnerungen ich will jetzt hier keine äh Wäsche waschen aber da gibt es bestimmt noch einiges wo man drüber schreiben könnte äh vielleicht auch detailliert eine Art Kolumne oder irgendwie sowas ähm oder würde dir das zu zeitaufwendig sein ne das wäre nicht zu zeitaufwendig aber ich denke bei solchen Dingen immer daran ähm Entschuldigung dass ähm dass ähm 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 man das äh auf Dauer machen müsste nicht nur drei vier fünf Mal sondern länger und ob ich da länger was zusammen bekäme ich meine natürlich sind auf Tour auch Dinge passiert die nicht so schön waren oder die ein bisschen befremdlich waren über die ich sicher nicht sprechen würde ähm weil ich äh niemandem an den Karren fahren möchte und ich wüsste auch nicht warum ich das tun sollte ähm ähm also von daher wüsste ich nicht ob das längerfristig irgendwie was sein könnte wo ich etwas zu beitragen kann ich weiß das hört sich jetzt so ein bisschen nach äh äh bewusstem Tiefstapeln an aber es ist doch so ich habe letztlich meinen Job gehabt ähm ähm WWE kommentiert ich war bei den Shows dabei ähm ähm ich habe dies gemacht jenes gemacht ähm alles schön und gut aber so wahnsinnig viel Unterschiedliches passiert da jetzt auch nicht ähm weil ich nicht jeden Tag natürlich äh äh als ich hier war äh und hier kommentiert habe ist natürlich jeden Tag irgendwas passiert aber auch nicht ständig was Neues ich habe halt eben Infos gekriegt ich habe Texte bekommen die ich für die Homepage ähm damals übersetzt habe ich habe einmal die Woche Sendungen bekommen mal war es eine mal waren es zwei mal waren es drei die Pay-Per-Views was auch immer aber so ergiebig wenn man es mal guckt unterm Strich ist das dann auch nicht dass ich da jetzt äh quasi mich hinstellen und wochenlang erzählen könnte und wochenlang ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.